jo leute willkommen zurück zu max per 3 und verlegen direkt los und schon sind hier die ersten gegner die ich nicht treffe und wer nicht getroffen und nicht getroffen und bin ich gar nichts ich treffe und die nix na der nächste gitarre ist zu hart stirbt und direkt jetzt bin ich in der ego sicht natürlich nicht stimmt nur die kamera für zu ein bisschen fehlen so dass man wirklich denken dass ich bin der ego sicht ja genau wenn fahr ich überhaupt meine ganzen magazine rollen mit mir die perfekte fahrt exklusiviert das wasser aus ich hab mir vier schuss okay gut dass sie hier gestorben sind kann ich direkt ihre wache aufgeben wer hat so was wie leser ist ihre wacht auf und ich hatte das sind so schlicht schließlich ich bin ja finde ich ab schau vielleicht hat er den laser wie sie oder es gab gar nicht ich glaube schon singt ja alle glaube ich laser visiere sehr öde hier ziemlich verdächtig hier aus den gehe ich mal kurz her kommen wir können aber perfekt irgendwas verstecken wie ihr goldenteil oder so naja ok da komme ich durch durch die anlage aus piep nicht aus so bin ich clean nur kurz überblicken weil vielleicht liegt hier irgendwo ein goldes teil und vielleicht übersehe ich das ja ja aber ich glaube hier liegt mal keins ich gehe mal hoch hoch hoho als machen das hat das ist ja nur zostawaffen hast so autor ein mensch eine ok passt schon okay und auf allem jetzt steht er so scheiße ok wo ist neuer genau der trifft mich ja perfekt kommt kommt noch ein schuss muss treffen noch ein schuss nein schade alle kommen der nächste na wo ist er auch ne wieder runter na ja ging also ich jetzt nicht so viel eben gezogen okay das war jetzt ein bisschen unerwartet das glas und damit zwar keiner wieder im blickfeld wie immer und darum schon der nächste nächsten zwei jahre gesagt verdammt drum scheißen dreck boah ey das gebiet hier gerade so ich hab keine muni mehr toll und ist der bereich hier nicht so kamera freundlich denn die kamera ist ja so ein bisschen gewöhnlichstbedürftig aber na komm schon klar kann ich eben schmerzen reinwerfen das überrascht nämlich sowieso wieder und bäm und bäm und ok ok so da kommen noch von rechts welche ok gestern waren jetzt mal glaube ich setzen hier oben hoffe ich doch mal der bereich da ist so ein bisschen nicht so toll geil gold ist heu hoho grand golden granatenwerfer geiler georgang mit möglichen was kommen tun von der wochen herringer und das andere bergfurt du die frühe ausmöglichen bett den prüfen in händen kannst du mal dabei da kommt schon unser nächster kunden ja achte rechts sogar jemand ja genau naja ich auch genauso blöd wie du rechts noch einer diese kleinen räume nicht so mein lieblings ich hab hier sogar gold cool ich möchte noch mal ein bisschen hier er komme ich durch kurz einschmerzen wir noch nehmen vielleicht finde ich hier noch was okay einschmerzen aha weiteres teil kommen hier auf dem klo sich noch was schon wieder herr hier ich habe meine dauerre sie ist ein ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß die action was irgendwie treffen ihn immer wieder komisch komisch aber scheint mir der kern zu sein so mal schauen habe ich jetzt eigentlich waffen und jetzt das wieder aufheben sowohl lang hier lang war hat nicht hier lang wo denn lang stehe ich nicht klar noch ist was für keine place wo you waited the board a private jet victor und becker eine departure lounge hier nur da wollen ja die tors lead in the direction of the main terminal als er jede toilette durchsuchen customer restroom hanker getrude de parker geht er beherrn okay kommen nicht rein okay zwei schmerzen noch ich glaube können wir wieder eins reinwerfen sind ja so halbwegs voll das haben wir denn da die europäische billigen zu bm und er hat nun eher wollen welchen werden die europäische geschehen die insolven komponente wo erneiden gut wo da kommen die nächsten jetzt kommen wir schon mal richtig viel hat ich immer die die g6 command die patronen steckt in der luft dann kommen jetzt an der umso mehr direkt gestolpert er ist tot ich habe gar nicht so viel schuss mit der noch 25 schuss was schon ob sie gut einsetzen kann und immer ein bisschen umgucken cool die coole mucke läuft jetzt hier perfekt ist ein bisschen money für mich noch ua ok ich kann überall gucken ob er ein goldenes teil ist ziemlich groß hier Lass die Musik jetzt ein bisschen laufen, und laber nicht. Hoffentlich ist die Musik nicht so laut, so möchte ich gar nicht verstehen. Wo? Von wo? What the fuck? Dreh dich, Max! Schnell! Dreh dich und gib'n Header! Schön! Oh, wär da nicht der Drang, jede goldene Waffe zu finden, ey? Oh, von wo? Treff ich den da hinten? Ey, die sind zu weit weg. Lass wir hinten noch kurz gucken. Ne, die kann ich nicht unterschießen. Oh, doch, hier ist was. Laber ich denn da? So, da hinten und so werde ich eh genau da. Ne, zwei weg. Und? Okay, die treffe ich ja hinten jetzt nicht. Okay, die treffe ich ja hinten jetzt nicht. Ah, ich seh' den nicht. Achso, der wäre die. Von wo? Oh, der war sauberer Treffer. Sagst du, meine Muni ist leer? Uh, ist hier sogar. Okay, jetzt scheint die Musik vorbei zu gehen. Da wir, glaube ich, alle Gegner hier besiegt haben. Sie waren nicht hier. Ich musste weiter durch den Flugzeug zu gehen. Nein, ich geh noch nicht runter. Ich gucke noch ein bisschen hier rum. Nein, das ist ziemlich groß. Ein goldenes Halterverstecknis hier. Einfach. Na, siehste. Aha. Mal kurz da hinten gucken, wo die Gestorbenen da liegen. Und, äh, dann gehe ich auch weiter. Ich meine, ich habe, glaube ich, schon zwei Teile oder sogar gefunden. Na ja. Viel mehr, wer ist hier, glaube ich, auch nicht. Ich lass mich schieben. Ne, ist auch nicht zu lange. Okay, müssen wir auf jeden Fall einen Knopf davon drücken. Schau mich noch ein bisschen so um. Na, okay. Tja, alle verkackt, Kollegen.